So, hier sind wir stehen geblieben. Jetzt geht es weiter. Otefanten ist neu, Ab durch die Hecke ist neu, die Lego Batman Movie ist neu, Ein Geschenk des Himmels, Vater der Braut 2 ist neu, Didi und die Rache der Enternten, Tom und Jerry, Kicho, Avis, Chao, Lara Croft, Domweiler, der zweite Teil, die, was heißt das, die Wiege des Lebens, genau, so, Joe's Apartment, Universal Soldier, ein Cobb und ein Halber, Robocop 2, Bugs Bunny, 1001, Benjamin Blümchen, der Kinofilm, dann habe ich die Rocky-Teile, alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile, das ist da ganz der neue von 2006, und dann haben wir Freddy's Dead, Definer Nightmare, ich habe jetzt schon 3, 4 Filme, glaube ich, von Freddy, ein paar Filme noch, die hole ich noch nach, und dann habe ich mein erster Detektiv-Connor-Film, mein ganz erster, der 11. Stürmer, da ich natürlich auch, wenn ich ein Fußball-Fan bin, und selber, wenn ich Fußball gespielt habe, deshalb ist das ein Muss für mich, den will ich gerne mal heute anschauen, am 19.4. am Freitag, und dann haben wir noch Finde Nemo auf UHD, und ja, das war's, das sind die neuen Sagen, danke fürs Reinschauen, jo.